Bei dieser Aufgabe habe ich Kartonverpackung für irgendwelche Milch und die Oberfläche soll minimal werden. Und dabei gibt es so ein paar Voraussetzungen. Also das Volumen soll ein Liter sein, also ein Kubikdezimeter hoch drei. Und es soll immer eine, damit es nicht so schwer ist, eine quadratische Grundfläche haben. Das heißt also, wenn ich hier die Seite A habe, habe ich auch hier die Seite A, aber die Höhe kann anders sein. Also ich habe hier immer A und A und die Höhe, A und A und die Höhe. Und die Frage ist, für welches A und für welches H habe ich eine minimale Oberfläche, die aber trotzdem ein Liter Milch verpackt. Und ich soll es mit einer Funktion machen, auch wenn ich natürlich schon eine Ahnung habe, was vielleicht optimal sein sollte. Gut, also das Volumen, es ist erstmal sinnvoll, das was ich habe, also anzugeben. Das Volumen ist ja Länge mal Breite mal Höhe, also A mal A mal H. Und die Oberfläche, da habe ich jetzt, unten habe ich ein A Quadrat. Also hier unten, halt, stopp, nehme ich das da. Also unten habe ich ein A Quadrat, da oben habe ich ein A Quadrat, also nochmal. Plus, stopp, hier, plus A Quadrat. Und dann habe ich eine Seitenfläche, diese Seitenfläche immer, das ist A mal H plus A mal H. Und von dieser Seitenfläche gibt es ja 1, 2, 3, 4, einmal rundum, also eine 4. Die A Quadrat kann ich auch noch zusammenfassen, also die Oberfläche ist 2 A Quadrat plus 4 A H. Und das Volumen ist eben A Quadrat H. Gut, und das ist meine Zielfunktion. Zielfunktion, also das soll minimal werden. Und das ist die Nebenbedingung. Weil ich weiß, das Volumen ist 1, also A Quadrat mal H gleich 1. Also eigentlich ist das eher die Nebenbedingung so. Und das kann ich nutzen. Mein Problem ist, dass bei der Zielfunktion noch zwei Buchstaben drin sind. Also ich habe hier ein A und ein A und ein H und das nervt. Ich muss zurück auf einen Buchstaben. Deswegen löse ich jetzt hier noch H auf und setze das dann ein. Also H gleich 1 durch A Quadrat. Mach da schöne Klammer und setze das an diese Stelle ein. Dann bekomme ich, die Oberfläche ist 2 A Quadrat plus 4 A mal. Und hier habe ich mein 1 durch A Quadrat. Und dann kann ich sagen, das ist die Oberfläche in Abhängigkeit von A. Und das ist meine Zielfunktion. Was habe ich hier geschrieben? Das ist Zielfunktion, genau. Also das ist meine Zielfunktion und nur noch von A abhängig. Und das schaut schon ganz gut aus. O von A gleich 2 A Quadrat. Hier kürzt sich was weg. Plus 4 durch A. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil üblicherweise ist es, das ist keine klassische Parabel. Keine Parabel. Das lässt sich mit den Mitteln der 9. Klasse Physik, Mathematik nicht lösen. Das heißt, in der 9. Klasse nur durch probieren. Nur durch probieren. Also ich nehme mal, also A gleich 0. Das haut nicht hin. Gibt einen Blitz. A gleich 1. A gleich 2. Und dann rumprobieren. Und ruhig auch dann mal A gleich 0,9. Und so weiter und so weiter. Das würde in der Prüfung dort stehen. Probiert das aus. Eleganter finde ich es eigentlich, wenn wir es so machen. Wir können das ja als Funktion eingeben. Die Funktion war ja die 2. 2 A habe ich nicht. Also muss ich 2x Quadrat nehmen. Plus 4 dividiert durch x. Gut. Und dann habe ich hier eine so interessante Funktion, die in der 9. noch nicht vorkommt. Aber ich suche das Minimum. Und ich habe genau ein Minimum. Und das Minimum finde ich hier. An der Stelle ist ein Minimum bei 1 und 6. Das heißt, x gleich 1 ist meine Lösung. Also mit dem Graphen abgelesen. Also der Graph sagt x gleich 1 Dezimeter. Und damit ist das die Oberfläche 6 Quadratdezimeter. O von 1 gleich 6. Und damit habe ich hier 6 Quadratdezimeter Fläche. Und das haben wir natürlich schon geahnt. Also die optimale Verpackung ist der Würfel. Da habe ich am wenigsten Oberfläche. Also hier immer 1 Dezimeter, 1 Dezimeter, 1 Dezimeter. Und dann bekomme ich 1 Liter Volumen raus. Wer in der 11. Klasse ist, der kann ableiten. Also ich habe hier, so. Darunter damit. Jetzt ist verloren gegangen. Alles nochmal. Damit man sich leichter tut, würde ich es übersetzen in ein f von x gleich 2x Quadrat plus 4 durch x. Und das nochmal übersetzen in ein f von x ist 2x Quadrat plus 4 mal x hoch minus 1. Und das kann ich ableiten. f' von x gleich 4x minus 4x hoch minus 2. Und beim Extremum muss es ja immer 0 sein. f' von x gleich 0. Also 4x minus 4x hoch minus 2 gleich 0 mal x Quadrat. Damit es wegfällt. 4x hoch 3 minus 4 gleich 0. Dividiert durch 4 und rüber. Dann bekomme ich x hoch 3 gleich 1. Und damit x gleich 1. Das, was auch der Graph gezeigt hat. Dividiert durch 2 2 1 5, damit es gut geht. Vielen Dank.